Ein Kamin, der ein Ende macht mit dem platten Feuereffekt herkömmlicher Elektrokamine. Wie brennt er? Mit Wasser. Ein Tank, der bequem gefüllt werden kann, Halogenlampen und ein oder zwei Ultraschallverdampfer sorgen für ein revolutionäres Flammenspiel. Plug and Play. Mit einem gefüllten Wassertank brennt der Kamin rund 8 bis 10 Stunden. Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Wasser als gegensätzliches Element zu Feuer sorgt hier für ein spektakuläres Flammenspiel. Schöner wird's nicht.